Willkommen zurück zum zweiten Teil, bei dem ich mich beim Hesseflat versuche. Im anderen Video habt ihr ja schon gesehen, ich habe die Honda vorbereitet. Bremse ab, Kennzeichenhalter ab, Blinker ab. Habe noch schnell einen Kill Switch eingebaut, das war ein bisschen komplizierter. Hat aber dann doch geklappt. Und jetzt geht es ab zum Hesseflat. Im ersten Teil habt ihr es ja schon gesehen, es war ein bisschen zeitkritisch alles, deswegen habe ich schnell noch gefrühstückt beim Fahren. Und dann bin ich auch schon angekommen. Hier seht ihr das schöne Oval. Ich bin dann mal auf die Strecke gegangen und habe mir den Belag angesehen. Ich kenne das ja alles nicht, deswegen musste ich mir mal ein Bild davon machen, wie rutschig das Ganze auch ist. So eine Art Kies, Sand, fährt sich bestimmt gut. Cool war auch der Blick über die Skyline von Frankfurt aus dem Fahrerlager. Ich bin dann direkt zur technischen Abnahme gefahren mit meinem Motorrad. Die Kill Switch musste ja überprüft werden und die anderen Sachen, die vorgeschrieben sind, damit man mitfahren darf. Hier seht ihr noch, ich habe eine Startnummer dran gemacht. Das war alles ein bisschen provisorisch, weil es stand nicht drin, dass man eine braucht. Auch auf meinem Rücken habe ich auch noch schnell eine draufgeklebt im A4-Blatt und ein bisschen Edding. Und jetzt genießt einfach mal ein bisschen Bild und Ton. Das war alles ein bisschen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. aufbauen kann, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ich lese mir die alle durch und das hilft mir dann, damit ich nicht von null starten muss bei meinem Flat Rack Motorrad.